Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Autsch. Oh, schon wird der Brett heilig jetzt. Und, ja. Na, super, ja. Das ist natürlich nicht so schön. So, achso, jetzt kommt noch her. Oh, nochmal zwei Baumstämme. Das Land mit dem Baumstämme. Junge, 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 da bist du ja nur am fällen. Da war dann so eine lange Zeit bis zum 15. Januar. Autsch. So. Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Lager. Lager. Nein. Ich weiß, warum ich so lange warten muss. Das ist wie bei mir. Das ist wie bei mir. Ich warte auf einen Termin und es zögert und zögert. Ich will doch kein Lagergebäude haben. Wo waren die Lagerkapazitäten? Sein Taucher. Ja. Hallo, vive... Die kennen einen der solchen Schmerzen hat doch nicht so lange gewahrt. Nee, das sowieso nicht. Also, vor allem wenn es gemacht werden muss. Jetzt frage ich mich gerade, muss ich denn wirklich dieses Holzlager bauen? Weil es gab doch immer diese kleinen... diese kleinen Dinger da, die man doch da bauen konnte. Was waren diese Schnellzugriffspunkte? Aus der ersten Holzlager? Ach, alles muss ich... Alles klar. Also, ich komme nicht drumherum. Äh... Das Lager... Türen Wilkes sagen ja, das... Okay... Nein, dahin sind die Sträucher... Warte mal... Wir machen hier mal ein bisschen Platz... Ja, aber es ist aber trotzdem schon komisch immer, dass du so lange warten musst, ey. So... Das dürfte doch eigentlich... Nichts mehr... Perfekt. Perfekt. Ach, so wie der Holzstämmer. Zehn Zentimeter zu weit hinten. Ja, so ist es halt. Ich meine, wenn wir... Wenn wir vielleicht noch, ähm... Aus den manchen Bäumen Samen bekommen könnten... Samen für Bäume Silberpflanzen... Dann wäre das halt nicht schlecht. Dann wäre das halt nicht schlecht. Dann wäre es natürlich nicht schlecht. Sag mal... Warum treffe ich denn hier nichts? Weil ein Vorteil haben wir jetzt. Wir brauchen keine Deichsel mehr. Oh, ein Deichsel. Und wie heißt das Teil noch? Ein Steindeichsel. Deichsel. Haben wir noch Platz? Nein. Okay. Oh Gott. Warten wir mal... Speichern mal kurz. Also dann... Daniel, dann denke ich mal... Da wirst du in nächster Zeit... Kein ETS fahren können, hm? Ach, hallo. Nimmst du die Axt? Nein. Nimmst du die... Nimmst du die Axt. Nimmst du die Axt. Nimmst du die Axt. Kiraam Lager. Nimmst du. Dimmst du die Axt. Nimmst du die Axt. Na? Oh, ehrlich jetzt? Ach, die Bären sind wieder schuld. Na, Steine weg. So. Bretter haben wir gesagt, brauchen wir, ne? Uh. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Bambus Na gut, wenn Warte mal, hab doch Bambus gehabt Alles klar Machen wir mal noch Bambus erholzen gehen Ein paar Bären mit Forder uns mal voll Holz, mach mal alles ab So So Jawohl, das war die erste von drei. Das soll dann auch erstmal reichen. 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 So. Gut. Naja. Jetzt brauchst du aber nicht wirklich rüber zu rennen, oder? Okay. 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 Okay, jetzt hast du es ja. Fünf von denen brauchst du. So. Ach, fuck. Schack. Auch ehrlich, voll? Ja, komm, die Rinde brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch? So. So, das Holzlager hätten wir. So, jetzt brauchen wir Nahrungslager. Moment. Was war das gewesen? Sie kann nichts sammeln. Aufgrund, weil sie... ... ... ... ... ... ...